Marvin Neumann stellt die Frage, was hat das BSW bisher geleistet? Naja, und zur Beantwortung der Frage schauen wir uns jetzt einfach mal sein Video an. Im Deutschen Bundestag sind aktuell neun Parteien vertreten. Klar, da hätten wir die Großen, also die Grünen, SPD, FDP, CDU, CSU und die AfD. Das sind auch alles Fraktionen. Seit Anfang 2024 gibt es zwei Gruppen im Bundestag. Die Linke und Sarah Wagen. Übrigens, die neunte Partei im Bunde ist SSW mit einem Abgeordneten. Und laut aktuellen Wahlumfragen scheint es so, als könnte die Wagenknecht-Partei schon einige Sitze im Europaparlament erhalten bei der Europawahl. Bei plus minus 5,7 Prozent steht die Partei gerade. Das scheint auch mehr zu sein als FDP oder Linke haben. Jedenfalls zehn Abgeordnete hat BSW jetzt bereits im Deutschen Bundestag als Gruppe. Doch was stellen diese zehn BSW-Abgeordneten eigentlich im Bundestag an? Was machen die da eigentlich? Welche Anträge wurden gestellt und wie bringen sie sich im Bundestag ein? Was haben sie also als Leistung vorzuzeigen? Darum geht's jetzt. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Marvin, Politik- und Sportjournalist. Also abonniert gerne, wenn ihr mögt. Also, erstmal sei gesagt, dass BSW im Bundestag, wie einige sicher wissen, keine Fraktion ist, sondern eben eine offizielle Gruppe. Genauso wie auch die Linke. Man könnte sagen, das ist so ein Kompromiss, so ein Zwischending zwischen Fraktion und Fraktionslos. Das Besondere ist, dass die Rechte oder das ganze Geld auch, was Gruppen im Bundestag bekommen, dass all das nicht per Gesetz geregelt ist, wie bei Fraktionen im Bundestag. Welche Rechte Gruppen wie die Linke oder BSW haben und wie viel Geld sie kriegen, das wird per Beschluss im Bundestag festgelegt. Heißt, der Bundestag entscheidet mit der Mehrheit genau darüber. Wichtig ist, die Linke und BSW als Gruppen haben weniger Rechte als Fraktion und sie bekommen auch weniger staatliche Zuschüsse. BSW bekommt pro Jahr rund 4,9 Millionen Euro für Mitarbeitende und andere Kosten. Die Linke als Gruppe im Bundestag erhält im Vergleich 7,4 Millionen Euro. Pro Monat darf BSW genauso wie die Linke zehn kleine und große parlamentarische Anfragen an die Bundesregierung stellen. Zumindest dachte man das zuerst. Denn als das beschlossen wurde, gab es ziemlich viel Kritik von Linke und BSW. Mal zum Vergleich. Von 2017 bis 2021, also der 19. Wahlperiode, wurden insgesamt 11.677 kleine Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Von allen Parteien insgesamt. Die Linke stellte insgesamt 2.803 kleine Anfragen in vier Jahren. Tatsächlich hat die Mehrheit im Deutschen Bundestag Ende März 2024 aber dann auch beschlossen, dass Linke und BSW nun doch unbegrenzt kleine und große Anfragen stellen dürfen. Diese Meldung ging in der Berichterstattung ehrlicherweise ein bisschen unter. Übrigens den Link zur Debatte am Bundestag findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wie schaut es mit der Redezeit aus? Wie oft darf Wagenknecht und Co. ans Rednerpult des Bundestags treten? Beziehungsweise wie lange? Ja, das kommt tatsächlich immer ein wenig darauf an. Aber Zitat, die Redezeit der Gruppen soll sich an ihrer jeweiligen Stärke im Verhältnis zu den Fraktionen und nach näherer Vereinbarung im Ältestenrat orientieren. Aber Pi mal Daumen, zwei Minuten Redezeit stehen der BSW bei Debatten zu. Kommt aber auch immer ein wenig darauf an. Deutlich weniger, als es Wagenknecht trotzdem gewohnt ist aus der Vergangenheit, als sie noch bei der Linken war. Und Gesetzesentwürfe, Anträge oder auch Entschließungsanträge können von den Gruppen ebenfalls eingebracht werden. Zitat, sie können verlangen, dass ihre Vorlagen auf die Tagesordnung gesetzt werden und dass gegebenenfalls Zwischenberichte zu ihren Vorlagen erstattet werden. Auch dürfen sie der Ausschussüberweisung ihrer Entschließungsanträge widersprechen. Geschäftsordnungsanträge sollen gestellt werden können, wenn sie von mindestens 37 Abgeordneten unterstützt werden. Zitat Ende. Wie genau macht aber nun Wagenknechts Partei von diesen ganzen Dingen Gebrauch? Ich kann euch an der Stelle nur empfehlen, mal selbst auf die Seite des Deutschen Bundestages zu gehen. Denn dort ist sehr einfach... Ja, das ist ja die eigentliche Frage, weswegen wir das Video angeklickt haben. Ja, wundert euch nicht, dass ich hier so wenig unterbreche. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich etwas zu sagen habe, dann lasse ich das Video einfach weiterlaufen. Macht alle Dokumente, sprich Gesetze, Anträge, Fragen an die Bundesregierung, Reden und so weiter und so fort von den jeweiligen Parteien einzusehen und ausfindig zu machen. Aber erstmal die übergeordnete Statistik. Seit BSW im Deutschen Bundestag ist, hat sie insgesamt, so steht es hier zumindest, 36 Anträge und Gesetzesentwürfe eingebracht und 108 Fragen bzw. Anfragen gestellt. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar davon an, denn das klingt ziemlich viel auf den ersten Blick. Schauen wir uns erstmal an, was sich unter den 36 Anträgen verbirgt. Zur Erinnerung, mit einem Antrag können eine Fraktion oder mindestens 5% aller Abgeordneten den Bundestag auffordern, zu einem Thema etwas Bestimmtes zu bestießen. Der Bundestag stimmt dann über diesen Antrag ab. Wenn man jetzt aber genau hinsieht, merkt man, dass BSW bisher nur oder bereits drei Anträge in den Bundestag eingebracht hat. Die restlichen 33 Dokumente, die wir hier sehen, die im System angezeigt werden, sind tatsächlich nur die BSW-Politiker und Politikerinnen, die eben unter diesen Anträgen stehen, die das unterschrieben haben. Unser Leben hier im Video macht es auf jeden Fall einfacher, denn die drei Anträge heißen da, Zitat, Armut trotz Arbeit verhindern, gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, zweitens Diplomatie statt Taurus, Marschflugkörper, Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges unterstützen und zuletzt, Zitat, von Österreich lernen eine gute Rente für alle. Ja, ihr habt es gerade gehört, obwohl ich, ich blende es nochmal kurz ein, das ist doch eigentlich, und zuletzt, Zitat, das ist doch wirklich gut, also Renten erhöhen, also österreichischer Durchschnittsrentner hat rund 800 Euro mehr Rente als ein deutscher Durchschnittsrentner, dann China durch Diplomatie und wir wissen ja, Russland ist zur Verhandlung bereit, es hat folgende Bedingungen, Anerkennung, Quatsch, Neutralität, Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung und Demilitarisierung und das sind Ziele, die man ohne Probleme verhandeln kann, das ist überhaupt kein Problem, also alle Waffenlieferungen an das Regime in Kiew einstellen, endlich Druck auf die Ukraine ausüben, dass sie, ja, einem Friedensvertrag zustimmen soll und gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, ich glaube, auch das erklärt sich von selbst, der gesetzliche Mindestlohn ist aktuell so niedrig, dass er, also dass selbst wenn 40 Jahre lang Vollzeit gearbeitet hat, man immer noch unter Grundsicherung liegt, also so extrem niedrig ist der gesetzliche Mindestlohn und selbst eine Erhöhung auf 14 Euro, die würde nicht ausreichen, um das zu, ja, um das zu verhindern, aber sie würde zumindest mal den Mindestlohn etwas näher an ein Niveau heranrücken, was vernünftig wäre, also eigentlich bräuchte es so ungefähr 15 Euro aktuell und nächstes Jahr, wenn wieder ein bisschen Inflation war, dann bräuchte, also beziehungsweise nach der Bundestagswahl bräuchten wir wahrscheinlich schon 16 Euro, also ich nehme mal an, dass BSW wird auch mit der Forderung von einem Mindestlohn von 16 Euro in die nächste Bundestagswahl gehen, das halte ich für sehr wahrscheinlich, aber ja, ihr habt es gehört, höhere Löhne, Verringerung der Lohnungleichheit, höhere Renten und Frieden für die Ukraine, weniger Altersarmut, weniger Erwerbsarmut und Außenpolitik, die endlich wieder deutschen Interessen dient, also das ist doch sehr gut, also das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Von Österreich lernen eine gute Rente für alle. Beim Mindestlohn 14 Euro sagt BSW eben, dass sie die Bundesregierung dazu auffordert, unverzüglich einen Gesetzesentwurf vorzulegen, mit dem der gesetzliche Mindestlohn auf 14 Euro pro Stunde angehoben wird, um existenzsichernde, armutsfeste Mindestlohneinkommen für Millionen von Arbeitnehmern in Deutschland zu gewährleisten und die Anforderungen der EU-Mindestlohnrichtlinie zu erfüllen. Die BSW vertritt die Auffassung, dass die Anhebung des Mindestlohnes auf 12,41 Euro nicht ausreicht, gerade mit gestiegener Inflation. Und sie sagen auch, dass Teile der SPD und Grünen das wohl auch so sehen würden. Im Antrag, man könnte es fast so interpretieren, loben sie fast. Die SPD hat die Erhöhung des, ja, das halte ich rhetorisch für nicht sonderlich klug, die SPD hat in der Mindestlohnkommission die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Die SPD hat das aktiv verhindert, in Persona der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die da dagegen gestimmt hat. Das kann man nicht häufig genug betonen, deswegen sage ich das an der Stelle nochmal. Keine Ahnung, vielleicht sollte das irgendwer mal Sarah Wagenknecht sagen, damit sie das in Reden mal ein bisschen popularisiert. Ich meine, das ist ja schon ein wichtiger Fakt, dass die SPD dagegen gestimmt hat. Teile der SPD und Grünen. Okay, der zweite Antrag von Ende März 2024 hat ja die Überschrift, von Österreich lernen eine gute Rente-Fahle. Grundlegend fordert BSW rund um Wagenknecht darin, dass die geplante Aktienrente der Bundesregierung komplett eingestellt werden soll, also alle Planungen, alles, was man davor hat, muss gestoppt werden. Um Renten sicherer zu machen, will BSW, dass Deutschland es ungefähr so macht wie Österreich, heißt, dass dort in die Rentenkasse unter anderem auch Beamte, Selbstständige und Parlamentsabgeordnete einzahlen. Genau das will man in Deutschland auch. Einen detaillierten Plan, wie das alles genau passieren soll, macht die Partei aber in dem Antrag nicht. Und der letzte Antrag, den BSW in den Bundestag eingebracht hat, ist Diplomatie statt Taurus Marschflugkörper. Dieser Antrag ist vermutlich erst durch ein paar Absätze, gerade mal so zwei Seiten lang. Hätte man vermutlich auch auf einer Seite kürzen können, wenn man nur gewollt hätte. Aber sei es drum. Wenig überraschend kritisiert BSW, dass Zelensky Ende 2022 ein Dekret in Kraft treten hat lassen in der Ukraine, was wohl Verhandlungen mit Russland verbietet. Runtergebrochen sagen sie nur, dass jetzt Frieden diplomatisch geschlossen werden muss, anstatt Waffen zu liefern. Man will Russland und die Ukraine, Zitat, zur Aufnahme von Gesprächen über einen sofortigen Waffenstillstand drängen und die weitere Unterstützung der Ukraine von der Verhandlungsbereitschaft der Regierung Zelensky sowie der Rücknahme des Dekrets, das Verhandlungen mit Russland verbietet. Das ist eine sehr weiche Formulierung. Ich würde sagen, dieses Regime in Kiew, das bekommt kein Geld mehr, bis es endlich Frieden geschlossen hat. Und nach dem Frieden, da sieht man ja, welchen Status die Ukraine überhaupt hat. Also Neutralität verpflichtet wird dann, wird ja auch festgelegt werden, wer inwieweit welche Hilfen an die Ukraine zu liefern hat. Das wird ja dann im Friedensabkommen festgelegt werden. Also beispielsweise Militärhilfen von jedem westlichen Staat, die sind nach dem Friedensabkommen natürlich ausgeschlossen. Eine russische Friedensbedingung ist ja wie gesagt Neutralität. Also wie gesagt, das ist eine sehr weiche Formulierung. Das hat Russland schon gesagt, Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität. Und Neutralität, das sagt Wagenknecht auch immer. Natürlich nimmt man das Ergebnis nicht in einem Antrag vorweg, aber das sind die Punkte, auf die es hinauslaufen wird bei Verhandlungen. Also das kann man jetzt schon relativ einfach sagen. Aber wie gesagt, sowas nimmt man nicht vorweg, sowas muss am Ende des Verhandlungsprozesses stehen und angesichts der russischen Position ist das wohl das naheliegendste, was am Ende rauskommen wird. Im Prinzip war es das auch schon mit den Anträgen. Mindest in Höhen, Renten und Selensky-Kritik. Welche kleinen und großen Anfragen stellte BSW jetzt aber an die Bundesregierung seit Anfang 2024? Da kommt nämlich ein bisschen mehr zusammen. Insgesamt stellt BSW bisher zu neun Themen ausschließlich kleine Anfragen. Noch mal zur Erinnerung, Zitat, Fraktionen oder Abgeordnete in Fraktionsstärke können durch eine kleine Anfrage schriftlich von der Bundesregierung Auskunft über bestimmte Sachverhalte verlangen. Kleine Anfragen werden im Bundestag nicht beraten. Sie werden vor allem von der Opposition genutzt, um die Regierung zu kontrollieren und Informationen sowie Stellungnahmen zu erhalten. BSW stellte zu folgenden Themen kleine Anfragen. Die Aufrüstung Deutschlands im Rahmen der NATO und der ökologische Fußabdruck der Bundeswehr. Kosten für und durch in Deutschland stationierte NATO-Streitkräfte im Jahr 2023. Die Bundesregierung und der vor dem Internationalen Gerichtshof von Südafrika gegen Israel erhobene Vorwurf des Völkermords. Zahlen zur Speicherung und Abfragen polizeilicher EU-Datenbanken. Der Beitrag Deutschlands zur Gemeinschaftsfinanzierung der NATO im Jahr 2023. Deutsche Kriegswaffenexporte nach Israel. Einsätze von sogenannten stillen SMS-WLAN-Catchern, IMSI-Catchern. Funkzellenabfragen 2023. Nutzung der Flugbereitschaft der Bundeswehr im Jahr 2023. Rüstungsexportgenehmigung der Bundesregierung im Jahr 2023. Also auch hier sind rein thematisch deutliche Muster zu erkennen. Sechs von neun der kleinen Anfragen haben was mit der NATO-Waffenlieferung oder der Bundeswehr zu tun. Ja, Frieden ist ein zentrales Thema des BSW. Das ist selbstverständlich. Das ist ja gut und richtig. Also ihr seht, das hat das BSW hier bisher gemacht. Ich glaube, vielleicht stellt er uns jetzt noch die Antworten der Bundesregierung vor. Aber das sieht doch bisher sehr gut aus. Werfen wir mal einen genaueren Blick in eine dieser kleinen Anfragen. Und zwar in die Aufrüstung Deutschlands im Rahmen der NATO und der ökologische Fußabdruck der Bundeswehr. In dieser kleinen Anfrage jedenfalls hinterfragt BSW, wie klimaschädlich die Bundeswehr Aufrüstung und Krieg sein kann. Zum Beispiel will Wagenknecht und Co. von der Bundesregierung wissen, Zitat, Rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg der Treibhausgasemissionen der Bundeswehr durch die Steigerung der Militärausgaben im Zuge der Zielsetzung, das 2% Ziel der NATO dauerhaft zu erfüllen? Wenn ja, welche Schlussfolgerung zieht sie hier raus? Und wenn nein, warum nicht? Oder auch trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass Elektroantriebe und Wasserstoff nach dem Stand der Technik auf viele Jahrzehnte keine Option für das Militär sein werden? Oder trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass sich die Bundeswehr weder jetzt noch bis 2050 aus ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen lösen kann? Oder eben auch, wie hoch waren der jährliche Energieverbrauch und die Energiekosten der Bundeswehr bei den jeweiligen Ausnahzeinsätzen? Man stellt die Grünen hier quasi auf ihrem eigenen Feld. Sie behaupten ja immer, dass ihnen Klimaschutz so wichtig sei, dass das eine dreckige Lüge ist. Das wird ja bei der realen Politik der Grünen völlig klar. Die fossile Infrastruktur auf, man denke an die Fracking-Terminals. Sie setzen auf klimaschädliche Kohlekraft anstatt auf wesentlich umweltfreundliches russisches Gas. Und sie unterstützen eine massive Ausrüstung, die eben extrem klimaschädlich ist. Ungefähr ein Zehnte der weltweiten CO2-Emissionen geht auf die Kappe des Militärs. Und wenn man das Militär extrem aufrüstet, ja, dann gehen auch die CO2-Emissionen nach oben, dann gehen die Umweltschäden nach oben, also Munition und all das, was dann produziert und eingelagert werden muss. Das ist ja nicht umweltfreundlich. Also hier stellt man die Grünen quasi auf ein Thema, von dem sie selbst behaupten, es sei ihnen wichtig. Und hier kann man eben diese grüne Heuchelei aufzeigen. Dass weder Klimaschutz noch Umweltschutz den Grünen irgendetwas bedeutet, sondern dass die Grünen eine reine NATO-Partei sind, die die geostrategischen Interessen der USA sowie die Partikularinteressen der Rüstungsindustrie vertritt. In den Jahren seit einschließlich 2022. So, eine kleine Anfrage wie diese kann gut und gerne schon mal 20 Fragen beinhalten. In einer anderen kleinen Anfrage ging es um die Kosten für und durch in Deutschland stationierte NATO-Streitkräfte im Jahr 2023. Da finden sich dann aber auch etwas ziemlich nischige Fragen wieder, wie trifft es zu, dass Australien 2023 vorübergehend für sechs Monate ein Militärflugzeug sowie Soldatinnen bzw. Soldaten und zivile Angestellte in Deutschland stationiert hatte, um die multinationalen Logistik-Hubs für die Ukraine zu überwachen. Das ist tatsächlich alles, was BSW bisher im Bundestag eingebracht hat. Mal abseits von den Reden, die dann zu jeweiligen Themen gehalten wurden. Ansonsten, ja, war's das. Viel mehr oder weniger hat BSW bisher im Deutschen Bundestag nicht geleistet. Ein paar Anträge hier, ein paar kleine Anfragen da. Ja, für knapp vier Monate, also drei Monate Parteiexistenz kann sich das doch sehen lassen. Zumal das gesamte Spitzenpersonal ja nebenbei nicht nur mit der Arbeit in der Fraktion, sondern auch nur mit dem Aufbau der Fraktion beschäftigt wird. Dafür, dass das nur zehn Leute sind, ist das doch wirklich ordentlich. Da seit knapp zwei, drei Monaten. Die Partei befindet sich allgemein natürlich noch in der Findungs- und Aufbauphase und tatsächlich liegt der Fokus vor allem auch auf der Europawahl beziehungsweise bei den Wahlen im Osten Deutschlands 2024. Trotzdem, glaubt ihr eigentlich, dass BSW 2025 offiziell als Fraktion durch das Wahlergebnis in den Deutschen Bundestag einziehen wird? Schreibt mir eure Vermutung. Ja, das glaube ich. Und ich hoffe sogar, dass es als drittstärkste Kraftteam bekommen werden. Das sollte auf jeden Fall mindestens das Tier sein. Ja, aber nichtsdestoweniger ist bei den Wahlen 2025 trotzdem zu erwarten, dass dann CDU, Grüne und SPD eine Koalition bilden. Also so stark können BSW und AfD fast nicht werden, dass wir nicht nochmal so eine Altparteienkoalition bekommen. Also das ist das pessimistische Szenario, vor dem wir gerade stehen. Aber solange so viele Deutsche CDU, SPD und Grüne wählen, wird es wohl leider so kommen. Also ja, die BSW wird als starke Oppositionspartei ins Parlament kommen. Das hoffe ich, das glaube ich auch. Aber trotzdem werden wir noch ein paar Jahre Altparteienherrschaft hier in Deutschland ertragen müssen. In diesem Sinne, es war ein gutes Video. Marvin Neumann hat alles vorgestellt. Also kein negatives Framing oder so. Also ich meine, er hat ja auch mit Funk und so zu tun. Da dachte ich eigentlich, das wäre einseitiger. Aber das war ja eigentlich nur neutral vorgestellt, was passiert ist, ohne das jetzt persönlich zu werten. Also ja, gutes Video. Gutes Video.